Musik Für Eltern, letztlich korrekterweise muss man sagen, er spießt also die gefangenen Feinde auf und lässt sie auf der Straße zu seiner Hauptstadt letztlich als mahnendes Beispiel und Abschreckung dann auch eben links und rechts der Straße stehen. Und hier gründet sich letztlich dann der Ruf, ein grausamer Herrscher gewesen zu sein. Wir wissen auch aus der Geschichtsschreibung, dass er auch die innere Organisation und den Aufbau seines Landes mit sehr starker Hand geführt hat, dass er also durchaus Feinde frühzeitig beseitigt hat, brutal beseitigt hat, Gegenspieler kontrahenten ausgeschalten hat. Also ich möchte meine Kinder so erziehen, dass sie die Geschichte lebendig erleben. Das heißt, dass sie sich dann auch näher merken können, wenn sie das auch wirklich sehen. Und ich finde, das ist ein totaler Anlass, in so einer mystischen Burg am Abend die Geschichte über Dracula zu erfahren oder Sagen zu hören. Und ich finde, das ist ein totaler Anlass, in so einer mystischen Burg am Abend. und ich finde, das ist ein starker Anlass, in so einer mystischen Burg, und ich finde, dass es für viele Tage leitete Gewalt, und ich finde, dass es ein kleines Questions zu erfahren, Und wirúnen in so einer liest, in so einer mystischen Burg. Es gibt keine Asociation zwischen Bram Stoker und Vlad Seppes. Das war sehr viel für die Occidentale, während der Kommunistische Regime, um die Touristen zu tragen. Und hier ist die Hypocrisie der Propaganda, weil, während der Länder denunziert sind, die unsere Nationalen sprechen, wie ein Vampir. In realität, es war ein intenser Myth von der Touristischen Nationalen der Touristen auf der Occidentale, für die Touristen in Romania, in Form eines der Marketing-Präsidenten.